Wirbelsturm Amphan hat in Indien und Bangladesch mehr als 80 Menschen das Leben gekostet und schwerste Zerstörung hinterlassen. In weiten Teilen der 15 Millionen Einwohner Stadt Kolkata im Nordosten Indiens fiel der Strom aus. Die Situation sei besorgniserregender als die Coronavirus-Pandemie, sagte die Regierungschefin des betroffenen Bundesstaates Westbengalen. Es werde Tage dauern, um das ganze Ausmaß der Schäden abzuschätzen. Indien und Bangladesch hatten sich in den vergangenen Tagen unter Hochdruck auf den Wirbelsturm vorbereitet. Mehr als drei Millionen Menschen wurden in Notunterkünfte gebracht. Dort herrscht große Angst vor der Ansteckung mit dem Coronavirus. Viele hatten deswegen die Evakuierung ihrer Häuser verweigert. Laut dem indischen meteorologischen Dienst ist der Zyklon eine der schlimmsten Stürme in der Region der vergangenen 20 Jahre mit Windböen bis zu 185 kmh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Die Situation sei besorgniserregender als die Coronavirus-Pandemie, sagte die Regierungschefin des betroffenen Bundesstaates Westbengalen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018